Hi, ich bin Falk. Bei Osa Great Adventure finden Sie die besten Abenteuertouren im Corcovado Nationalpark in Costa Rica. Wir bieten Ihnen mehrtägige Tourprogramme durch den artenreichsten Regenwald der Welt. Das wird das Erlebnis Ihres Lebens. Rund 2,5 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten der Welt sind im Corcovado Nationalpark beheimatet. Darunter Tapire, Ameisenbären, Pumas und mehr. Unsere ausgebildeten und zertifizierten Tourguides nehmen Sie mit auf ein Abenteuer der Extraklasse. Nehmen Sie sich die Zeit für einmalige Fotomotive und entdecken Sie den Artenreichtum der Flora und Fauna im Corcovado Nationalpark. Unsere Tourguides sind bilingual und Ihnen wird es an nichts fehlen. Unsere Touren beinhalten den Transport, die Verpflegung und das Equipment, um den Regenwald zu einem entspannten Abenteuer zu machen. Von Tagesausflügen bis hin zu Touren von fünf Nächten. Osa Great Adventure präsentiert Ihnen Ihr unvergessliches Erlebnis im Corcovado Nationalpark. Die Plätze sind schnell vergeben. Buchen Sie darum noch heute. Es wird die beste Entscheidung Ihres Lebens sein.